Schmankerl für Sie heute Abend. Und zwar haben wir den berühmten Musiker Thomas Trauer zu Gast. Es ist der Begründer der Musikstilrichtung Mitleids Rock. Hallo Thomas! Tja. Wer erinnert sich nicht an seine Hits wie Kampf und Variationen 1 bis 3, Schwerverletzt im Allgäu etc. Heute wird er uns seinen neuesten Song präsentieren, aber vorher möchte ich dich gerne nochmal was fragen, Thomas. Wie fing das eigentlich damals alles an? Ach, das finden ja eigentlich alle schon so sinnlos an. Du hast doch sehr viele Menschen mit dieser Musik angesprochen. Sicher. Wie erklärst du dir denn das Phänomen, dass diese nicht gerade positiven Botschaften so viel Anklang finden? Ach, wenn man im Leben immer nur ausgenutzt wird, dann... Was stellt sich diese Frage, stellt sich eigentlich gar nicht. Das klingt ja sehr düster, Thomas. Gibt es denn gar nichts Schönes in deinem Leben? Zukunftspläne? Wozu denn? Ich habe ja gehört, dass du privat ein sehr lustiger Mensch sein sollst. Ja, 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 aber... Das bringt nichts eigentlich, das bringt eigentlich nichts. So, nun sind wir aber schon sehr gespannt auf seinen Song. Es ist die erste Single-Auskopplung aus der neuesten CD, Schwarz. Und ich möchte mich an dieser Stelle schon einmal verabschieden. Das war Helga Krassgesicht, Amsterdam. Also da...